Was sind normale Östrogenspiegel bei Männern? Je nach Alter eines Mannes gibt es mehrere Bereiche von Östrogenspiegeln, die als normal angesehen werden. Auch wenn es manchmal als weibliches Sexualhormon bezeichnet wird, brauchen Männer es, sie brauchen nur das richtige Gleichgewicht zwischen ihm und männlichen Sexualhormonen. Hohe Östrogenspiegel führen zu körperlichen Anomalien und beschleunigter Alterung. Für einen präpubertären Mann werden Östrogenspiegel zwischen 10 und 37 pg pro ml erwartet. Während der Pubertät liegen die normalen Spiegel zwischen 23 und 84 pgmL. Die Werte für einen erwachsenen Mann sollten zwischen 25 und 50 pgmL liegen. Östradiol ist die Form von Östrogen, die am häufigsten gemessen wird, um ein hormonisches Ungleichgewicht bei Männern zu bestimmen. Es ist ein weibliches Sexualhormon, das zur Entwicklung der weiblichen und männlichen Fortpflanzungsmerkmale beider Geschlechter beiträgt. Wenn der Östrogenspiegel eines Mannes zu hoch wird, kann er beginnen, weibliche Merkmale aufzuweisen, wie eine Zunahme der Brustgröße und Gewichtszunahme im Unterbauch- und Hüftbereich. Normale Östrogenspiegel bei Männern tragen dazu bei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkten vorzubeugen, die ordnungsgemäße Fortpflanzungsfähigkeit und das richtige Gewicht zu erhalten und zur Gesundheit der Schilddrüse beizutragen. Während Östrogen tendenziell mit dem Alter zunimmt, gibt es einige Probleme, die zu abnormalen Werten führen. Dazu gehören eine schlechte Leberfunktion, ein erhöhter Alkoholkonsum, Übergewicht, niedrige Zinkspiegel im Blut und bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente. Eine Erhöhung der Menge an Fettzellen im Körper kann zu erhöhten Aromataseewerten führen. Dieses Enzym wandelt das männliche Hormon Testosteron in Östradiol um und bringt das Gleichgewicht zwischen den beiden Sexualhormonen. Ein niedriger Zinkgehalt erhöht die Menge an Aromatase, was wiederum den Östrogenspiegel erhöht. Darüber hinaus verlassen sich die männlichen Hoden auf Zink, um Testosteron herzustellen. Der Östrogenspiegel bei Männern kann durch eine Beeinträchtigung der Leberfunktion, die auf das Alter oder den Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist, gestört werden. Eine der Funktionen der Leber besteht darin, den Körper von überschüssigen Hormonen zu befreien. Bestimmte Medikamente, die zur Behandlung eines hohen Blutdrucks verwendet werden, neigen dazu, den normalen Östrogenspiegel bei Männern zu stören. Beispielsweise können Wasserpillen zu Zinkmangel führen, wenn keine ausreichenden Ergänzungsmittel eingenommen werden. Sexualhormonspiegel werden durch einen Bluttest gemessen. Für Bedingungen wie männlicher Haarausfall sind sie möglicherweise nicht genau, da die von Haut- und Haarfollikeln erzeugten Hormonwerte sich von den Bluthormonwerten unterscheiden können. Hohe Androgene, die durch erhöhte Spiegel des männlichen Sexualhormons Testosteron produziert werden, sind in der Regel die Schuldigen. Wenn der Östrogenspiegel zu niedrig fällt, führt dies zu einem Ungleichgewicht der freistehenden Testosteronmenge im Körper?